Grüß Gott, liebe Bayern, Servus zusammen. Wir erleben momentan eine Debatte über Studienbeiträge in Bayern. Diese Debatte, die haben wir vor einigen Jahren schon mal geführt. Damals haben wir Studienbeiträge durchgesetzt. Wir haben gekämpft für diese Studienbeiträge, weil wir sie für richtig und wichtig empfunden haben. Heute ist die Gemengelage eine andere. Die Situation hat sich geändert. Wir werden nämlich im Januar ein Volksbegehren gegen Studienbeiträge haben. Aus diesem Grund müssen wir uns jetzt die Frage nochmal neu stellen. Auch gemeinsam mit unseren Mitgliedern stehen wir noch zu den Studienbeiträgen oder möchten wir sie abschaffen. Aus diesem Grund werde ich am 3.12. dieses Jahres im Parteivorstand eine Mitgliederbefragung anregen und einen Antrag stellen, dass die CSU zum ersten Mal in der Geschichte der CSU diese Mitgliederbefragung auf Landesebene durchführt.